Heute für euch, der echte Grund, warum Dumbledore Sirius Black nie aus Azkaban befreit hat und ihn dort verrotten ließ. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Albus Dumbledore, Azkaban in die irrtümliche Inhaftierung von Sirius Black. Bevor wir beginnen, möchte ich euch darum bitten, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Das würde mir ziemlich weiterhelfen. Ohne weitere Umschweif, lasst uns aber direkt loslegen. Sirius Black entstammte einer einflussreichen Zaubererfamilie, der Familie Black. Obwohl viele seiner Familienmitglieder der Ideologie der Blutreinheit unterstützten, teilte Sirius diese Ansicht nicht. Während zahlreiche Angehörige der Familie Black finstere Wege einschlugen, bildete Sirius eine Ausnahme. Die Einschulung von Sirius Black an der Hogwarts-Schule Verhexerei und Zauberei erfolgte im Jahr 1971, dem gleichen Jahr, in dem auch Peter Pettigrew, Remus Lupin und James Potter die Schule besuchten. Das Quartett der Jungen bildete schließlich eine Gruppe namens die Rumtreiber und sie hatten alle etwas gemeinsam, die Zugehörigkeit zum Hause Gryffindor. Es dauerte nicht lange, bis die jungen Männer ihren Abschluss an der Hogwarts-Schule machten und sich dem Orden des Phönix anschlossen. Der Orden des Phönix war ein von Elbis Dumbledore ins Leben gerufener Geheimbund, der sich gegen Lord Voldemort stellte. Der Hauptzweck des Ordens bestand darin, Voldemort und seinen Anhängern entgegenzutreten und während des Ersten Zaubererkrieges spielte er eine entscheidende Rolle in der Verteidigung der Zaubererwelt. Es stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Mitglieder des Ordens auf der Seite des Guten standen. Ein Beispiel hierfür war Sirius' alter Freund Peter Pettigrew, der Sirius später ein abscheuliches Verbrechen zuschreiben und anhängen sollte. Im Jahr 1981 beging Pettigrew einen grausamen Mord an zwölf Muggeln mittels eines dunklen und mächtigen Sprengflures. Dieser Zauber zerstörte gleichzeitig hunderte von Meter Kanalisation und hinterließ einen zwölf Meter großen Krater in der Erde. Unglücklicherweise wurde Sirius' Black fälschlicherweise für diese Tat verantwortlich gemacht und umgehend nach Asgaban verbannt. Nach seiner Einhaftierung schien sich die gesamte Welt gegen Sirius zu wenden. Selbst das Geisterporträt der fetten Dame sogar. Er verbrachte erstaunliche zwölf Jahre verrottend in der Inselfestung. Schließlich gelang es ihm jedoch, der Gefangenschaft zu entkommen, indem er sich in seiner Animagus-Form einen schwarzen Hund verwandelte und sich geschickt durch die Gitterstäbe zwängte. Es gibt einige Aspekte von Sirius' Gefangenschaft, die mich immer fasziniert haben. Erstens, warum erhielt er keinen angemessenen Prozess? Alle Anhänger des Dunklen Lords haben einen fairen Prozess erhalten. Warum wurde jedoch Sirius nie vor Gericht gestellt? Ein Beispiel dazu. Bellatrix erhebt ihre Stimme und ruft Crouch zu. Der Dunkle Lord wird wieder auferstehen, Crouch. Schickt uns nach Asgaban. Wir werden warten. Er wird zurückkehren und uns rufen und uns mehr belohnen als alle anderen seiner Anhänger. Wir allein waren treu. Wir allein haben versucht, ihn zu finden. Und dann äußerte sich auch Karkaroff. Crouch wird ihn freilassen, flüsterte Moody leise zu Dumbledore. Er hat einen Deal mit ihm gemacht. Ich habe sechs Monate gebraucht, um ihn aufzuspüren. Und Crouch wird ihn gehen lassen, sobald er genug neue Namen hat. Lassen Sie uns seine Informationen anhören, schlage ich vor. Und ihn dann direkt zu den Dementoren zurückschicken. Selbst Snape, der gegen Ende des Krieges die Seiten gewechselt und Dumbledore die Treue geschworen hatte, wurde auf Dumbledores Wort hin einfach von seinen Verbrechen freigesprochen. Snape wurde von diesem Rat freigesprochen, äußerte sich Crouch verächtlich. Elbis Dumbledore hat sich für ihn verbirgt. Meine Frage lautet also, wenn Dumbledores Wort ausreicht, um einen ehemaligen Todesser freizusprechen, warum konnte er dann nicht auch Sirius freilassen? Sirius war ein früheres Mitglied des Ordens, sogar seiner eigenen Organisation. Warum wurde ihm also keine Hilfe zuteil? War Dumbledore von Sirius Unschuld überzeugt? Oder war ein Schleier über seinen Augen, so wie bei all den anderen? Bei genauerer Betrachtung des Textes können wir einige Antworten direkt aus Dumbledore selbst ableiten. Ihr seid an der Reihe zuzuhören und ich bitte euch, mich nicht zu unterbrechen, denn wir haben nur wenig gezeigt, sagte er leise. Es gibt keinerlei Beweise für Blacks Geschichte, außer eurem Wort. Und das Wort von zwei 13-jährigen Zauberern wird niemanden überzeugen. Eine Straße voller Augenzeugen hat bezeugt, dass sie Sirius gesehen haben, wie er Pettigrew ermordet hat. Ich selbst habe vor dem Ministerium ausgesagt, dass Sirius der Geheimniswahrer der Potters war. Professor Lupin kann dir bestätigen, begann Harry, konnte sich jedoch nicht zurückhalten. Professor Lupin befindet sich derzeit tief im Wald und kann gar nichts bestätigen. Bis er wieder ein Mensch ist, wird es zu spät sein. Sirius wird bereits mehr als tot sein. Ich möchte hinzufügen, dass Wehrwölfe von den meisten unserer Artgenossen so misstrauisch betrachtet werden, dass seine Unterstützung und die Tatsache, dass er und Sirius alte Freunde sind, aber hör mir zu Harry, es ist zu spät, verstehst du mich? Du musst akzeptieren, dass Professor Snapes Version der Ereignisse viel überzeugender ist als deine, sagte Dumbledore. Er hasst Sirius, sagte Hermine verzweifelt. Und das alles nur wegen eines dummen Tricks, den Sirius ihm vorgespielt hat. Sirius hat sich nie wie ein Unschuldiger verhalten. Der Angriff auf die fette Dame, das Eindringen in den Gryffindor-Turm mit einem Messer. Ohne Pettigrew, lebendig oder tot, haben wir keine Chance, Sirius' Urteil aufzuheben. Aber sie glauben uns doch. Ja, das tue ich, sagte Dumbledore leise. Aber ich habe nicht die Macht, andere Menschen zur Einsicht zu bringen oder das Zaubereiministerium umzustimmen. Dies sagt uns einige Dinge. Erstens hatte Dumbledore immer noch den Eindruck, dass Sirius Black der Geheimniswahrer der Potters war und wenn das der Fall ist, macht es durchaus Sinn, dass er glaubt, dass Sirius bis zu diesem Zeitpunkt schuldig war. Das würde bedeuten, dass er derjenige gewesen wäre, der den Aufenthaltsort der Potters verraten hätte. Als nächstes sieht es so aus, als hätte Severus Snape, der vor kurzem die Loyalität gewechselt hatte, Dumbledore seine eigene Geschichte über die Geschehnisse der Nacht erzählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch er von Pettigrews Trick hereingelegt wurde. Denn zu diesem Zeitpunkt war er vollkommen ehrlich und durchschaubar. Er hasste Sirius, aber ich bezweifle, dass er so weit gegangen wäre, ihm eine solche Tat zuzutrauen. Selbst als Harry zu Dumbledore sagt, aber sie glauben uns doch und dieser antwortet, ja das tue ich, scheint es an Authentizität zu fehlen. Jeder andere Teil ihres Gesprächs deutet weiterhin darauf hin, dass Dumbledore glaubt, dass er schuldig ist. Erst als er unwiderlegbare Beweise erhält, ist er fest von Sirius' Unschuld überzeugt. Pettigrews Verleumdung von Sirius war wirklich beeindruckend und es war das perfekte Verbrechen und ich denke deshalb konnte er sogar Snape und Dumbledore überzeugen. Pettigrew wusste sofort, dass er derjenige sein musste, der Sirius den Verrat an Lily und James anhängen würde. Denn Sirius war die einzige Person, die noch von seiner Rolle als Geheimniswahrer wusste. Alle anderen waren immer noch der Meinung, dass es Sirius war. Pettigrew köderte Sirius oder ließ sich von Sirius finden, der immer noch wütend war, nachdem er erfahren hatte, was mit den Potters geschehen war. Pettigrew fand sich in einer Muggelstadt, umgeben von Muggeln, was sicherstellte, dass er keine richtigen Zeugen für das Verbrechen in der Nähe hatte, das er begehen wollte. Jedenfalls keine Zauberer. Als Sirius eintraf, gab Pettigrew vor, über den Verlust der Potters zu trauern. Jedoch klang seine Trauer nicht wirklich aufrichtig. Bevor ich ihn verfluchen konnte, sprengte er mit dem Zauberstab auf dem Rücken die Straße in die Luft und tötete jeden im Umkreis von drei Metern. Dann flüchtete er mit den anderen Ratten in die Kanalisation. Außer den Rumtreibern wusste nur Remus Lupin, dass Pettigrew in Animagus war und deshalb wäre er eigentlich Sirius' letzte Hoffnung gewesen. Lupin, der sich in einem Zustand der Verwirrung befand, empfand, dass die Beweise gegen Sirius zu überwältigend waren und entschied sich kein Wort dazu zu sagen. Vor seiner Flucht in die Kanalisation hatte Pettigrew geschickt einen Finger abgetrennt, den er als Beweis für seinen Tod zurückließ. Da er nun offiziell als tot galt, schien seine Unschuld bewiesen zu sein, was dazu führte, dass alle Anschuldigungen auf Sirius gerichtet wurden. In einer vollen Straße, toter Muggel stand Sirius nun mit dem Finger seines ehemaligen Freundes vor sich, zweifellos schien er schuldig. Da Fudge als erster am Tatort erschien, wurde Sirius nie vor Gericht gestellt oder hatte die Möglichkeit sich zu verteidigen. In den Büchern erinnert er sich sehr detailliert an die Nachwirkungen dieses Abends. Ein Krater in der Mitte der Straße, so tief, dass die Kanalisation darunter zerbrochen war. Überall Leichen. Muggel schrien. Und da stand Black, lachend, vor dem, was von Pettigrew übrig geblieben war. Ein Haufen blutverschmierter Roben und ein paar Fragmente. Und das Faszinierendste an dem, was Fudge sah, war, dass Sirius lachte. Äußerlich wirkte er wie ein verrückter, mörderischer Wahnsinniger, der sich über seine abscheulichen Verbrechen freute, während er in Wirklichkeit nur ein Mann war, der nicht anders konnte als zu lachen, während die Welt um ihn herum zusammenbrach. Einer seiner Jugendfreunde war tot, der andere hatte die Seiten gewechselt. Er war von Leichen von Muggeln umgeben und nun musste er mit den Konsequenzen leben, die er den Potters eingebrockt hatte, indem er Pettigrew zum Geheimniswahrer gemacht hatte. Sirius' Geschichte ist wirklich tragisch und Pettigrews Darstellung von ihm war außerordentlich gut gemacht. Er hat sogar Albus Dumbledore überzeugt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die tragische Wendung in Sirius Blacks Geschichte durch Pettigrews geschickte Inszenierung und die verheerenden Folgen seines Handelns für Sirius selbst deutlich wird. Seine scheinbare Freude während des chaotischen Geschehens vermittelt ein verzerrtes Bild seines Charakters. Eingebettet in den Verlust von Jugendfreunden und umgeben von den Auswirkungen der eigenen Entscheidungen bleibt Sirius mit seiner Empfehlung belastet, die er den Potters einst gegeben hatte. Die überzeugende Darstellung von Pettigrew wirft nicht nur bei Fudge, sondern auch bei Dumbledore ernsthafte Zweifel auf, was zu einer komplexen und tragischen Dimension von Sirius' Schicksal führt. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und einen Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Das würde mir echt helfen, wir sind fast bei 50.000 Abonnenten, danke dafür. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Mhm. Mhm.